Hallo lieber Läufer, du bist gerne mit einer Short unterwegs beim Laufen? Dann habe ich einen Tipp für dich und zwar die Response 7 Inch Short von Adidas. Mit geringem Gewicht, viel Bewegungsfreiheit und hoher Funktionalität überzeugt diese Short nicht nur bei der gemütlichen Laufrunde, sondern auch bei der anspruchsvollen Laufeinheit. Das Farbdesign orientiert sich an den anderen Textilien und an den Schuhen aus der gleichnamigen Serie. Eine luftige Innenhose sowie der elastische und individuell einstellbare Bund erhöhen den Tragekomfort. Auf der Rückseite befindet sich eine kleine und nützliche Reißverschlusstasche, in der Autoschlüssel etc. mitgeführt werden können. Auch diese Response Short ist mit der Climma Light Funktionsphase ausgestattet, das heißt die Körperfeuchtigkeit wird abtransportiert und die Haut bleibt angenehm trocken. Ja, lieber Läufer, wenn du lieber ein leichtes und lockeres Laufgefühl bei deiner Laufhose bevorzugst, dann empfehle ich dir die Adidas Response 7 Inch Laufshort. Und du kannst sie in allen Runners Point Filialen probieren oder gleich hier im Shop bestellen unter www.runnerspoint.com. Online-Ar impression www.runnerspoint.com www.runnerspoint.com www.runnersيد religions